produziert 275 millionen rohöl 28 milliarden das ist ja milliarden im deutschen 28 milliarden was er hat 27 milliarden dampf da läuft richtig was wenn ich mir mal auf die minute gehe was ich ja an wasser und dampf verbraucher die minute 6,6 millionen dampf das ist schon übel das ist richtig übel finde ich für meinen geschmack also die stunde 300 wasser ist es 1,2 millionen was habe ich im verbraucher 1,4 millionen rohöl verbrauche ich die stunde es ist es nimmt schon schon krasse ausmaße an teilweise und ich hoffe auch dass ich 2024 sozusagen dadurch dass ich die wissenschaft immer mehr in die endgames verlagere dass ich hier immer weiter abbaue und dementsprechend auch hier vielleicht für irgendwas noch platz wird ich weiß noch nicht was ich drüber wahrscheinlich lasse ich es doch bei den namen hier dass die namen hier immer mehr drauf kommen oder ich mache hier noch solarpennas hin oder so ich weiß es noch nicht jeden fall zwei akw sollen noch kommen ich habe mir auch da schon so einen kleinen platz überlegt wenn ich hier lang gehe mal dann sieht man mal hier passt das nämlich ganz gut rein muss bloß mal gucken zahlen buchstaben big akw das passt hier nämlich relativ gut rein von daher wäre hier der platz für das dritte akw ich hätte hier eine gute verbindung auch direkt zur schiene der will ich hier bloß schon mal das freiräumen mal gucken wollte ob ich da überhaupt auch platz habe deswegen zeigt 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 mir mal an was da ist erstmal sieht es nach wasser aus vielleicht die schwarzen punkte auch noch so viel zeit und munition habe ich derweil ist mein ding da oben angekommen in der kreuzung na klar na klar ist da wieder ein so eine beschissene insel wissen mich verkackalbern oder was die ist doch bestimmt na klar na klar ist die voll drinnen das heißt ich werde jetzt mit flächen warmen worte morgen klein mal auslöschen sozusagen mein sind meine silvesterraketen jetzt wollen wir mal sehen und wir die alle totkriegen drei geschütze ballern hierauf mal gucken da braucht auf jeden fall mehr wahrscheinlich ich muss die vier dementsprechend totkriegen eigentlich dann kommt mir hier nicht ja der hat nur noch wenig zum kotzen so auf bewegliche ziele zack nächster noch drei bissel wie turntauben schießen jetzt sind sie natürlich hier oben das zum kotzen jawohl zwei einer komm an komm an jawohl sehr schön hat ja plus nicht haufenweise ressourcen gebraucht gut haben wir es auch so zick so weiter geht es zum Gesangsfeiern hier jetzt habe ich die kreuzung die bestehen die drei soweit durch so ich wieder hier runter kann schön schönes ding gut die werden befüllt das ist schön jetzt muss hier nur noch dementsprechend das erweitert werden ich mache hier das mal hier ein reißer das ganze hier einmal ab und sage ich hier auch das mal so auf wie hier und das funktioniert nicht ach schlagerlager wacker das für ein scheiß so 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 muss das aufgebaut werden und da müssen wir noch gucken wo wir hier noch da hinsetzen damit das funktioniert da haben wir eins also das ist doch die stromverbindung nach hier rüber ich nehme das noch weg genau dann copy paste ich einmal diesen ganzen klatterer dach hier ich nehme den hier drüber so ich sage jetzt hier ebenfalls dieser weg und du sollst einmal das hier kopieren ja so hier muss einfach mehr zunder drauf so wie weit bin ich denn hier hier produziere ich die mauern ich war hier auf jeden fall bei den militärwissenschaftspaketen dran ne so und deswegen gucken wir noch mal kurz mauern granaten so gucken wir mal was wir für die granaten brauchen das war ja auch so eine relativ einfache geschichte finde ich jetzt die granaten nicht kohle und eisen so das heißt wir können hier wieder balancer durchrattern schmerzen cluster so das ist das was ich brauche einmal dahin panzerbrechende munition das war ja auch so ein blödes gedöns eigentlich da auch zwei brauchen und ich hier genau ne so und natürlich quatsch ja klar nur bäume bau ab so das heißt ich brauche hier auch nur das noch einmal reinsetzen hier dementsprechend auch so doch das gebaut wird also wir kommen hier relativ gut voran ich werde das jetzt eine Reihe nach hier schon mal aufbauen für die militärwissenschaftspakete eins meiner ziele dieses jahr also es geht voran wo haben wir jetzt hier hier wollte ich ja noch genau das nochmal weg denn das einmal das einmal das einmal das einmal das einmal hier abreißen und einmal hier diesen ganzen kladderadatsch so und so ist das schön schön wenn dann so ein planen aufgeht so hier diese das geht bestimmt nicht nein reisenplatten 1000 so durchballern dann ist die frage überhaupt ob das so funktionieren wird 2000 das passt so und hier möchte ich eigentlich auch pufferkisten haben und zwar für die eisenplatten so steht noch nicht okay hätte ja klappen können und da wird es natürlich wieder prühe mit dem eisenerz die kabelproduktion die versetze ich jetzt mal wirklich nach hier unten aus dem grunde um hier die lagerkapazität zu erhöhen die kommen hier rein davon fünf mal kupfer das heißt wir bringen kupfer ja genau so stahl dann die einfache munition auch auf 1000 und das ganze da hin dann sagen wir hier auf der seite kupfer platten und da auch 1000 und von pufferkiste alles klar zack 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 so jetzt müsste das eigentlich so weit da passen hier mach mal kupfer platten und schon mal gucken wir hier jetzt schon mal da auch noch runter kommen wir jetzt hier dran vorbei Jawoll, das funktioniert. Wie geil. So, das Ganze natürlich hier dementsprechend noch weg. Alles, was hier im Weg ist. Und hier die Granate. Und das heißt für mich wirklich, wie macht man das? Das sind 1 zu 2. Also wenn ich 2 mal Eisen habe, 4 mal Kohle. 2 mal Eisen. Jetzt brauche ich 4 mal Kohle. So. Pufferkisten. Und die brauche ich nicht so stellen. Äh, Granate. Da wo sind. Und das ist ein Endprodukt. Nein. So. 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 ich jetzt das versetzt jawohl das heißt das hier kann weg ich muss ja hier vielleicht noch eine backup stromleitung hinbauen das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm wenn das hier irgendwie nicht funktionieren sollte so